Unsere Nummer 16 Stella De Luce Diese Fuchsstute, geboren im Jahr 2020, sie ist 1,67 Meter im Stockmaß gemessen. Sie stammt ab von Sir Donahal I, Fürstenbeil, Londonderry, aus der Zucht unter Besitz von Freiko Gerdes aus Hibstedt. Stella De Luce ist eine bewegungsbegabte Tochter der Sir Donahal. Drei gute Grundgangarten und ihr charmantes Auftreten sind ihr Aushängeschild. Aus der zweiten Generation ihres Mutterstamms ist der gecurt Hengst Flo Motion von Fürstenbeil, International Grand Prix erfolgreich unter dem Sattel von Anna Jesti. Ladies and Gentlemen, Lot No. 16 Stella De Luce This chestnut mare is born in 2020. She is 16,1, three quarters hands high. She is by Sir Donahal I, Fürstenbeil, Londonderry. Stella De Luce is a talented moving daughter of Sir Donahal. Three good gaits and her charming appearance are her trademark. Wirkliche Dramatische 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 Dram Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020